Die Playstation Move Die Sniper Rifle Gun wird die Spielerfahrung noch intensiver Die individuell anpassbare Form zusammen mit dem aufsteckbaren Zielvisier, der Schulterstütze und dem Sniperaufsatz macht es möglich die Waffe an jeden Spieler perfekt anzupassen Der Steckplatz für den Navigation Controller ist perfekt geeignet für Spiele wie Mag und macht die Sniper Rifle Gun zur perfekten Waffe für jeden Shooter Eine großkalibrige Waffe ist nichts für dich? Durch Entfernen des Zielvisiers, der Schulterstütze und dem Sniperaufsatz erhältst du innerhalb weniger Handgriffe eine kleine kompakte Shotgun Das Zusammensetzen der Sniper Rifle geht schnell und einfach Lege den Motion Controller ein und überprüfe durch leichtes Drücken den sicheren Sitz Schließ die Abdeckung und das Spiel kann losgehen Um andere Erweiterungen anzubringen, befestige sie an den für sie bestimmten Platz und sichere sie durch leichtes Andrücken Die Sniper Rifle Gun von CTA Digital